Hey Leute, wir fahren heute mit dem M6 von meinem Kollegen, warum fahren wir da hin? Ja, der Wagen hat serienmäßig 560 PS und ich wollte einfach mal so aus Spaß gucken, was da so geht, da die 30% Aktion gerade ist und da wollen wir mal gucken, was so geht, rein von der Software her, ohne irgendwas groß zu verändern und wir sind gespannt. Wenn ihr euch fragt, warum ich die Kamera so festhalte, mein Equipment ist noch nicht da, aber das wird sich in Kürze ändern. . happened an ab 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.